Mein Name ist Feline Blum, ich bin Pfarrerin in der Stadtkirche und vertrete zusammen mit Christine Hess die evangelische Gemeinde in Tuttlingen. Gerechtigkeit natürlich, das hat wahrscheinlich jeder gesagt, Wertschätzung, nicht nur Wertschätzung anderer Menschen, sondern auch Wertschätzung der Waren, die wir konsumieren und Austauschhandel hat ja immer was mit Geben und Nehmen und mit Gemeinschaft auch zu tun. Faire Handel ist, das Gegenteil davon ist Ausbeutung und ich halte es für wichtig, dass man sich klar macht, dass wir, wenn wir leben, auf Kosten in vielen Fällen anderer Menschen und Dinge leben. Das ist für mich als Person so, aber das ist auch ein Anliegen der Kirche. Also ich freue mich auf die Faire Woche. Die, die ich mitgemacht habe vor Corona, war eine wirklich schöne Sache, natürlich wegen des Themas, aber auch weil da viele verschiedene Gruppen zusammengekommen sind und miteinander in der Stadt richtig was losgemacht haben. Die, die ich mitgemacht habe vor Corona, war eine große Herausforderung. Die, die ich mitgemacht habe vor Corona, war eine große Herausforderung. Die, die ich mitgemacht habe vor Corona, war eine große Herausforderung. Die, die ich mitgemacht habe vor Corona, war eine große Herausforderung.